Momentan steht Joshua Kimmich vom FC Bayern meist nur im Schatten seiner Mitspieler. Während er in der Hinrunde noch fester Bestandteil der Startelf war, bekommt der 22-Jährige in der Rückrunde deutlich weniger Einsatzzeiten. Nach Philipp Lahm hat nun auch Xavi Alonso sein Karriereende zum Sommer bekannt gegeben. Laut Karl-Heinz Rummenigge sei Kimmich der optimale Lahmersatz auf der rechten Abwehrseite. Trainer Carlo Angelotti sieht Kimmich allerdings eher im Mittelfeld, wie man auch heute im öffentlichen Training deutlich erkennen konnte. Diese Position ist jedoch bei den Bayern bestens besetzt. Wir glauben allerdings nicht, dass sich die Türen für Joshua Kimmich so schnell schließen werden.